Das ist echt komisch, als wenn man live wäre. Dabei sieht das ja jetzt noch gar keiner. Wir nehmen ja nur erst mal auf. Kann losgehen? Klappe dir erst. So, jetzt kommen wir erstmal an die Begrüßung. So, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Ich sage ganz bewusst jetzt auch unseren Kanal, weil ich habe es ja schon so ein bisschen angekündigt. Ich habe den YouTube-Kanal nochmal ein bisschen aufgemischt und überarbeitet und wie ihr ja auch im Banner gesehen habt, heißen wir jetzt die Tschutschen. Die Tschutschen. Die Tschutschen. Die Tschutschen. Zevchenkos. Seht's ihm nach, er ist noch aufgeregter als ich. Das stimmt. Ja, denn Großes steht ja an, aber dazu gleich. Ich habe euch ja gesagt, ein großes Projekt steht für uns an und das möchten wir euch dann auch heute hier auf dem Kanal erzählen. Aber, erst mal ihr Lieben, wenn ihr jetzt in Zukunft hier auf dem Kanal nichts verpassen wollt, dann abonniert ihn doch gerne und aktiviert auch die Glocke. Da würden wir uns auf jeden Fall freuen. Klingelingeling. Genau. Weil demnächst wird hier einiges passieren. Es wird mit Sicherheit spannend und ich merke, ich habe echt Puls. Weißt du das? Also erhöhten Puls habe ich ja Gott sei Dank. Du auch? Naja, ein Stück weit schon. Man ist echt aufgeregt, als wäre man auch live gerade irgendwie drauf. Ist ja auch ein spannendes Projekt. Ja, stimmt. Wir haben jetzt wirklich Großes vor und sind auch sehr gespannt, wie ihr reagiert und was ihr zu dieser ganzen Thematik sagt. Aber wir freuen uns jetzt drauf. Also ich freue mich jetzt auch richtig drauf, das zu erzählen, oder? Ja. Und wir hoffen auch, dass alles soweit klappt und gut geht und dass ich dann noch wirklich starten kann. Ja. Richtig. So ihr Lieben, lange habt ihr gerätselt und jetzt ist der Moment, dass wir die Bombe platzen lassen. Genau. Und zwar werden wir umziehen. Wir ziehen um. Ja, tatsächlich. Ja, wo fangen wir jetzt an? Am besten vorne, so zum Erzählen. Und jetzt denken die direkt wieder, die Tschefchenkos, was machen die denn jetzt schon wieder? Ziehen die aus dem schönen Haus da aus und um? Ja, ist es. Ja, ist es. Ja, aber ja, manchmal muss man was Großes loslassen, um vielleicht noch etwas Größeres zu bekommen, so gefühlt. Also, was man erleben möchte, das meine ich jetzt nicht auf das Haus bezogen, aber was man halt so erleben möchte. Meine größten Geschenke haben wir ja bekommen. Die haben wir, genau. Danach die Jungs, nach einem etwas längeren und harten Weg. Und irgendwie danach kamen viele Gedanken und man hat sich überlegt, was könnte man noch erreichen wollen, verändern wollen. Aber eigentlich haben wir ja auch schon während des Kinderwunschs damals manchmal so ein bisschen über Plan B ja auch nachgedacht, weißt du. Da hatten wir ja schon so manchmal überlegt, was können wir machen, wenn das jetzt vielleicht auch mit dem Nachwuchs nicht klappt. Was haben wir vielleicht noch so für Träume und Ziele? Und da haben wir ja immer so ein bisschen darüber nachgedacht, was könnte man dann in seinem Leben noch mal so verändern, um das auch zu bereichern, um sich weiterzuentwickeln. Hat man Träume und Ziele? Ich meine, ich bin ja jetzt eher so der kreative Typ und fühle mich super gut aufgehoben in dem, was ich tue. Mein Buch, was ich letztes Jahr geschrieben habe, die Arbeit als Content Creator, all diese Dinge, das ist ja sowas, was mich erfüllt. Ich habe ja auch einen tollen Job, aber eben immer noch mit so ein paar Ambitionen, die auch noch mal weiterzuentwickeln sind, neue Felder zu entdecken. Neue Impulse irgendwie für sich selbst aufsetzen zu können. Also wer es jetzt nicht weiß, Norm ist ja Bauberater bei einer Fertighausfirma. Fertighausfirma, genau. Genau, richtig, seit vielen, vielen Jahren, hat auch ganz am Anfang mal vorab, also ganz früher war er Eisläufer, sind wir zusammen auf Eis gelaufen, als Paar, er hat mich dann schon über das Eis getragen. Genau, und dann irgendwann durchs Leben angefangen zu tragen und ja, dann eben als Jonah geboren wurde, hast du dann den Immobilienmakler hier gemacht und dann hattest du dich damals bei einer Fertighausfirma beworben und dann ging es eigentlich los. Und da hast du ja jetzt über zehn Jahre, jetzt warst du schon erfolgreich tätig da und ja, während des Kinderwunsches haben wir auch eben manchmal überlegt, was könnte man eben noch machen oder erreichen? Oder wie könntest du dich auch in dieser Branche noch weiterentwickeln und vor allem... Vor allem wo? Wo? Wir tasten uns immer so ein Stückchen. Das ist immer spannender. Wie kriege ich ja Glühe wirklich. Ja, vor allem wo? Wo, Remi? Du bist jetzt schuld. Ja, okay. Ja, wo kann man sich weiterentwickeln und damit lösen wir das nächste Stückchen des Rätsels auf, wohin es für uns geht, wenn wir denn umziehen. Also so viel können wir jetzt schon sagen, wir ziehen nicht nur innerhalb Deutschlands um. Geht ein bisschen weiter weg. Oh Gott, total, aber mein Herz schlägt gerade total doll. Das werden wir euch da mal auch in anderen Videos, wir haben euch noch wirklich viel zu erzählen, also es lohnt sich, den Kanal zu abonnieren. Wir Verrückten, das sind wirklich die Tschetschenkos, die hätten das eigentlich anders benennen müssen, ne? Na ja, gut, das wollen wir jetzt nicht sagen. Die bekloppten Chaoten. Genau, ist unser Zweitname. Und Chaos ist a friend of us, das passt auch. Wir haben, nach der Geburt, ne? Der Zwillinge. Von den Zwillingen, da haben wir ein bisschen gemerkt, so, also das erste so, als sich so ein bisschen alles eingespielt hat, da haben wir irgendwann gemerkt, dass diese Überlegungen, die wir mal während des Kinderwunsches auch immer mal so hatten, was gibt es denn noch wegen der Weiterentwicklung und so, dass die eigentlich wieder so ein bisschen aufgekeimt sind. Dass man gesagt hat, hm, was will man, das willst du auch beruflich machen. Wir haben jetzt noch ein gewisses Alter, wo man sagt, wenn, dann machen wir es. Wenn man noch mal was machen möchte, dann jetzt. Wir sind noch nicht in der Midlife-Crisis, aber vielleicht kurz davor, da ist es nicht mehr so weit weg, ne? Aber wo man sich noch mal so Gedanken macht, wenn man jetzt noch mal irgendwie vielleicht auch beruflich sich was verändern möchte, wenn man dieses und jenes möchte. Ja, und wie wir auch die Familie noch mal irgendwie enger zusammenbringen und auch da die Zeit einfach noch mal anders nutzen können, auch miteinander. Was kann man da irgendwie, ja, was kann man beruflich mit dem Privaten auch vielleicht, welche Möglichkeiten hat man zu verbinden, diese ganzen Gedanken, die kamen ja eigentlich so nach der Geburt dann so langsam noch mal bei uns auf und irgendwann spricht man natürlich darüber, ne? Und dann hatten wir eigentlich relativ schnell die Idee gehabt, weil wir da auch Freunde haben, ob es... Wir schauen uns da ja auch wohlfühlen und irgendwie das Leben ja auch dort irgendwie lieben. Ja, wir waren ja oft da in der Vergangenheit, in der ganz weit zurückgelegenen Vergangenheit. Da hatten wir dann überlegt, wohin zu gehen? Nach Florida. In die USA, genau. Hatten wir überlegt. Haben auch viel darüber nachgedacht, viel organisiert, um diesen Schritt eventuell auch umzusetzen, aber haben dann doch relativ schnell festgestellt oder dann im Prozess festgestellt, dass das doch sehr kompliziert ist mit vielen Hürden, mit viel Aufwand, mit auch dort vor Ort, auch wenn dort unheimlich viel, gerade so im Immobilienbereich, so mit Kay Coral, Fort Myers, haben wir auch nette Kontakte geknüpft, die uns schon gefallen hätten, dort viele Dinge umzusetzen, aber die Hürde und der Aufwand waren dann doch relativ hoch. Ja, das hätte jetzt zum jetzigen Zeitpunkt für uns als Familie in der Konstellation so nicht funktioniert. Das ist auch gar nicht so einfach, da rüber zu kommen und gerade in dem Bereich, wo du was machen möchtest, da kann man sich auch nicht einfach so selbstständig machen oder man wird da auch nicht einfach so gesponsert, indem man angestellt wird. Also da wären viele Hürden gewesen. Wer sich so ein bisschen damit schon auseinandergesetzt hat, der weiß es vielleicht. Meistens geht es über so ein Business Visum, um darüber zu kommen. Da muss man halt ein eigenes Business machen. Aber dann hätten wir wahrscheinlich was anderes machen müssen, als wir eigentlich machen wollen und das hätte uns dann einfach erstmal im Weg gestanden. Ja, und da wollten wir auch einfach frei sein. Also wir wollten für uns die Dinge ja selber in die Hand nehmen und wie gesagt, der Aufwand dafür war doch am Ende zu hoch. Ja, man sagt ja auch immer so ein bisschen, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Und du bist ja eben in dieser Baubranche und in diesem Immobilienbereich, bist du ja jetzt schon ganz gut verwurzelt und auch erfolgreich und kannst was. Und da wäre das schon sehr interessant gewesen, damals, also als wir darüber nachgedacht haben, eben in Florida, Cape Coral, passiert unwahrscheinlich viel gerade. Aber wir hätten das alles erstmal nicht so machen können, wie wir uns das halt gerne gewünscht hätten. Und da mussten wir so schweren Herzens eigentlich von dem Projekt... Traum war schon ein kleiner Traum. Ja, und von diesem Traum, ja, mussten wir dann wieder, also mit der Vernunft kann man eigentlich auch sagen, dass man wieder, klar, man kann ja immer alles probieren, wer mutig ist. Und wir haben auch gesagt, wenn wir jetzt irgendwie, ich glaube, wenn wir irgendwie zehn Jahre jünger wären, noch keine Kinder hätten oder vielleicht nur eins irgendwie, was Kleines oder so, dann hätte man sagen können, ey, komm, dann geht man vielleicht rüber mit irgendeinem Business, dann guckt man erstmal, dann guckt man, ob man da hinkommt, wo man hin möchte und so spielt noch dreimal mehr in der Greencard-Lotterie, gewinnt dann irgendwann in der Greencard-Lotterie und ist dann da irgendwie verankert und so. Aber da, wo wir eben jetzt stehen und das, was wir eben jetzt wollen und wo wir gerne direkt angesetzt hätten mit unserem Können, diese Möglichkeit hätten wir halt nicht richtig gehabt durch diese Auflagen da. Wir hätten nicht da einsteigen können, wo wir gerne... Auch nicht mit den Freiräumen, die wir halt auch brauchen. Und auch mit der Selbstständigkeit. Genau, so mit dem, was du machst und tun möchtest und das, was ich halt mache. Und da mussten wir uns von dem Traum wieder verabschieden. Und dann waren wir ja zeitweise auch gedanklich wirklich auf der ganzen Welt fast unterwegs. Wo gibt es eben noch Sachen, wo man sagen kann, gerade in deiner Branche, wo passiert was? Wo kann man... Wo passt es auch für die Familie? Was kann man dort erleben? Und mit den Jungs und auch für das Alter von Jonah, die ist ja zwölf. Also wo ist da der für uns jetzt erstmal in unserer Konstellation der perfekte Ort, um all diese Dinge entstehen zu lassen. Dass man da noch einen Mehrwert irgendwie auch hat für sich und trotzdem dann dieser Part halt abgedeckt ist für deine Weiterentwicklung, für den Faktor, was zu lernen, was zu greifen. Ja, und halt für diese ganzen Punkte. Ja. Und dann haben wir irgendwann einen Ort gefunden. Die kleinen Kinder, ne? Komm, ich muss euch was erzählen. Du hast jetzt gesagt, wo. Wo es hingeht. Ja. Genau. Also, für uns geht es nach... Das warst du. Ich sag's. Du. Ich. Du. Bye. Das war gut. Ja. Ja, wir sind ein Team, ne? Schon ein bisschen lange verheiratet. Genau. Es geht nach Dubai für uns. Wir ziehen tatsächlich nach Dubai. Also alle Dinge sind in die Wege geleitet. Und... Das ist total krass, ne? Und wir freuen uns total auf dieses riesige Projekt. Wir waren ja kürzlich da, wisst ihr ja. Wieder mal in Urlaub. Im April jetzt noch. Und da waren wir natürlich nicht nur am Strand, müssen wir ehrlicherweise gestehen. Sondern wir haben da auch so ein bisschen Business gemacht. Und haben auch Dubai nochmal von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Auch viel privater kennengelernt. Ja, auch mit vielen Leuten dort gesprochen, die dort leben. Sei es deutsche Leute oder andere, die auch schon sehr, sehr lange dort in Dubai leben. Die auch aus der Branche halt kommen, aus der Baubranche kommen, aus der Immobilienbranche kommen. Du hast schon so deine Ärztenkontakte geknüpft. Wie man machen kann dort vor Ort. Es ist jetzt natürlich alles noch frisch und es ist total komisch, auf einmal so dann drüber zu quatschen. Ja, weil es ja auch noch gar nichts Konkretes in dem Sinne gibt. Aber man hat dort relativ schnell festgestellt, dass der Markt sehr lebendig, sehr dynamisch, da passiert unheimlich viel. Also da ist ein Riesenpotenzial an Dingen, die man dort machen kann und die man sich einfach jetzt aufbauen kann. In einem relativ langen, großen Zeitraum und dann mal gucken, wo die Reise dahin geht. Also man sagt ja immer, Dubai ist eine Baustelle. Ist es tatsächlich auch? Also es ist passiert, also es gibt wunderschöne Orte. Die auch schon sehr schön zusammengewachsen sind. Ja, aber die Entwicklung dort ist gerade, die ist rasant. Da passiert so viel und es wird an so vielen Ecken und Enden gebaut. Und es werden nicht nur Hochhäuser gebaut oder diese Wolkenkratzer, die man vielleicht so in erster Instanz so auf den Fotos kennt. Man denkt ja, Dubai besteht nur aus so Wolkenkratzern. Aber da ist noch unheimlich viel mehr. Gigantische Projekte, die... Schöne Wohngebiete, sehr schön eingewachsen. Genau, die weit über dieses, wir ziehen mal einen Wolkenkratzer hoch hinausgehen. Tolle Bauprojekte. Und das ist natürlich dann, wenn man aus so einer Branche kommt wie Normen, unwahrscheinlich spannend und interessant, wem man da wie über die Schulter gucken kann, bei welchen Projekten man mitarbeiten kann, wo man... Ja, wir haben auch viel erfahren, wie Dinge dort funktionieren. Auch das war sehr interessant. Was du schon in den acht Tagen eigentlich mitgenommen hast. Das war ja, also ich fand das ja auch spannend. Ich habe da immer so ein bisschen mitgehört und so. Und danach stand eigentlich unsere Entscheidung... Naja, sie stand... Fast fest. Nicht ganz fest. Nicht ganz fest. Also wir haben uns schon nochmal zwei Wochen irgendwie danach Zeit genommen. Und haben auch wirklich viel hin und her überlegt. Weil man macht sich ja Gedanken, wie funktioniert das mit Jonah, mit der Schule. Und was uns eigentlich so ein bisschen, ja wie soll man sagen, oder was für uns sehr aufregend war, auch diese ganze Zeit dort als Familie, wie man dort lebt. Und wie man das vielleicht dann auch miteinander alles verbinden kann. Und irgendwie war man dann ein bisschen... Da hat man dann ein gutes Gefühl, ne? Weil wir im Vorfeld so lange überlegt haben, wo ist der Ort, wo man eben sagen kann, das sind noch Träume und Ziele beruflich. Und das wären auch Träume und Ziele für uns als Familie. Ja, wo man einfach die Dinge miteinander verbinden kann. Was kann man dort alles erleben? Und wir haben uns da so ein bisschen drin verguckt. Ja, wir haben uns da wohl gefühlt in der Zeit. Und hatten so dieses Beide dann eigentlich... Und wir sind ja Bauchmenschen, kann man sagen. Dieses Bauchgefühl, das ist zu unserer jetzigen Lebenssituation. Was in ein paar Jahren ist, weiß man nie. Wussten wir vor ein paar Jahren auch nicht. Wussten auch nicht, auf jeden Fall. Wir haben auch nie gedacht, dass wir einige Zwillinge bekommen. Also you never know, was manchmal so irgendwie kommt. Aber wir sind schon Menschen, die auf unser Bauchgefühl hören. Und das hat sich jetzt irgendwie richtig angefühlt. Und ja, für uns als Familie noch sitzen wir. Aber es gibt jetzt auf jeden Fall viel, viel zu tun in der nächsten Zeit, in den kommenden Wochen. Und bei diesem ganzen großen Projekt von uns, von uns als Paar, als Familie mit unseren Kindern, da wollen wir euch jetzt gerne mitnehmen. Und deswegen freuen wir uns auch, wenn ihr jetzt neugierig geworden seid. Wenn ihr vielleicht diesen Kanal abonniert, die Glocke aktiviert, dann seid ihr auch immer auf dem neuesten Stand. Auf Instagram findet ihr uns, mich natürlich auch. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt auf, vor allem auf die nächsten Wochen. Es wird bestimmt auch turbulent und chaotisch. Und mal schauen, was es alles zu tun gibt. Aber wir nehmen euch, wenn ihr möchtet, gerne dabei mit.